Hallo ihr Lieben, schöne Grüße von der Hölderlinstraße. Wir hatten uns gedacht, in den letzten Wochen haben viele Kinder Geburtstag gehabt und wir konnten gar nicht gemeinsam feiern. Und wir haben uns heute überlegt, wir wollen gemeinsam für euch, für die Geburtstagskinder der letzten Wochen, eine Wunderkerze anzünden und eine Rakete starten lassen. Und dann fangen wir mal mit der Wunderkerze an, oder? Aber mit der Rakete muss man einfach vorsichtig so ein ganzes Stück zurückgehen. Bei der Wunderkerze müssen wir ganz doll aufpassen, genau. Mal gucken, dass dann die ganzen Wunschsterne für die Geburtstagskinder der letzten Wochen, wenn sie denn möchte. Die hört gar nicht auf. Ein ganz langer Wunsch von der Kerze. Muss ja auch viele Geburtstagskinder die Wünsche erfüllen. So, und jetzt lassen wir noch gemeinsam eine Rakete steigen. Für alle Geburtstagskinder. Ja. Finn komm es gut. Ja. Jo.